So, heute mache ich mal ein kleines Review für euch und es geht um einen Wasserkocher. Und nicht um irgendeinen Wasserkocher, sondern es geht um einen Wasserkocher, wo das Wasser direkt heiß wird. Also ich habe meinen Kumpel, das erzählt mies und er war direkt beeindruckt von dieser Sache. Er hat mir gar nicht geglaubt, also muss ich euch das auch mal zeigen, weil es gibt ja so viele Leute, die sowas nicht kennen. Der Wasserkocher ist von Rosenstein und Söhne und hat ja nicht jeder so einen Wasserkocher. Und das wollen wir jetzt auch mal vorführen. Dafür brauchen wir erstmal eine Tasse. Hier, der Papst. Der Papst, der trinkt den besten Kaffee und Wasser, was der alles trinkt. Hier. Draufdrücken. Warten. Und schon geht's los. Also jetzt geht's los. Vorbei sind die Zeiten, wo man stundenlang gewartet hat, bis das Wasser am Lagerfeuer warm war, wurde. Ist doch schön. Mach ich nochmal Stopp. Weiß nicht, ob ihr das Dampfen seht oder so. Ich denke, ihr denkt hier fake oder so. Dampft es? Ein bisschen, ein bisschen. Ich hoffe mal, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Ihr müsst auch nicht mal so lange warten. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich kriege dafür Geld oder so. Ich kriege dafür kein Geld. Und, äh, ja, meine, äh, meine Musik hat noch nicht aufgehört. Ich habe gerade ein Beat gemacht. Den müsstet ihr jetzt auch im Hintergrund hören. Und darauf werde ich rappen. Den habe ich gerade, tak, 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 eingetippt. Und bald wird da ein Rap drauf erscheinen. Und bald wird da ein Mädchen lernen. Eine